Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Ich habe auf der Nürnberger Spielwarenmesse jetzt schon einige Kugelbahnen gesehen, aber die waren alle für mehr oder weniger kleine Kinder. Das hier ist doch kein Kinderspielzeug, oder? Ich meine, das ist eine Kugelbahn 3.0. Doch, doch, doch. Das ist ein Kinderspielzeug, freigegeben ab 8 Jahren. Aber es ist auch was für große Kinder, das muss man schon zugeben. Es ist interessant, wir haben eine Testung gemacht mit diesem neuen Produkt hier, nämlich mit Gravitrax Pro, für die schon etwas fortgeschütteten Gravitraxer. Und da haben wir festgestellt, Sechsjährige schaffen es sogar, die noch nie was von Gravitrax gehört haben, mit diesem Produkt etwas zu bauen. Das sieht so kompliziert aus. Ja, das soll auch ein bisschen komplexer sein als das herkömmliche Gravitrax, das wir schon auf dem Markt haben. Das ist hier drüben, das ist etwas flacher, oder? Genau, hier haben wir das klassische Gravitrax-Produkt, wie wir es seit drei Jahren kennen. Das hier ist neu, das ist Gravitrax Pro. Und hier geht es darum, dass wir ganz schnell in die Höhe bauen können. Und dazu gibt es diese Turmsteine. Die ersetzen uns sieben solcher Löhnensteine, die ja immer Mangelware sind, wenn ich Gravitrax in die Höhe bauen möchte. Okay, ja. Und deswegen haben wir hier ein bisschen auch Anfragen von Fans gehört, die gesagt haben, könnt ihr da nicht was machen, können wir. Im Herbst kommt es raus. Okay, cool. Und wie lange braucht man jetzt so als einigermaßen versierter Laie, um so eine tolle Anlage hier hinzustellen? Also wer fortgeschüttener ist im Bereich Gravitrax, der braucht etwa 20 Minuten. Was? 20 Minuten, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte das auch nicht glauben, aber ich habe bei den Kolleginnen und Kollegen gefragt, die sagen, doch, der kriegt das hin. Wow. Also schon mächtig. Ganz spannendes Produkt, vielen Dank. Vielen Dank. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux, mein Pool.